Gute Support. Warte. Okay. Fingernägel gold, steh auf Bling, Bling. Käppi, Ralph Lauren, Farbe Pink. Nur noch Fresh Nails ist mein Ding-Ding. Ich bin nicht dein Bro, ich bin durch Sport im Umfeld. Lauf immer einen Tag in meinen Schu... Hallo. Eine Sekunde. Warte. Warte. Eine Sekunde. Ich bin gerade wieder auf Anti-AC und ich habe dermaßen Probleme mit scheiß Cheatern. Echt, also ich bin am Reporten und es wird nichts gemacht. Die können da wegcheaten ohne Ende und es passiert nichts. Keine Ahnung, also wenn man was anhat, geht alles durch. Weißt du, habe ich auch getestet? Äh... Ja. Liquid Bounce, geht alles durch. Oh, du hast gecheatet? Ja. Ja, um zu sehen, wie es funktioniert. Geht alles durch. Also irgendwas habt ihr falsch gemacht. Also du gibst zu, du hast gecheatet? Ja, Digga, Anti-AC. Ja, nur gegen einen Freund. Auch in drei Wochen. Ja, bei dem Anti-C cheat vielleicht besser ja auch. Boah, gut, ne? Also... Aber du gibst zu, dass du selbst gecheatet hast. Ja, gegen einen Freund, um zu testen, ne? Ja, das ist egal. Ja, okay. Ja, dumm kann man sein, ey. Ja, ich glaube, dumm bist doch du, oder? Kann man sein? Ja, nein, das reicht. Ja, ich bin gespannt. Und du kannst dich aber auf den Weg ziehen. Ich bin gespannt. Oh nein, aber ich wollte raus. Ja, nein, ähnle. Ja, nein, ich bin gespannt. Ja, nein, ich bin gespannt. Das war's für heute.